Herzlich Willkommen zur nächsten Fortnite Battle Royale Folge Und ja, Maschinenpistole, jetzt verfügbar neue Waffe Die Maschinenpistole hat ein hohes Schlussrat und bietet bessere Mobilität Ja, die kam schon gestern raus, ich nehme das Video am Tag aus, wo es rauskommt Kann sein, dass es später kommt, es kommt wahrscheinlich später, also Entschuldigung dafür So, ähm, zwei Sachen Also die Maschinenpistole kam, wie gesagt, gestern raus Gestern stand bald verfügbar Dann gab's, dann hab ich nochmal neu gestartet Spiele Dann stand auf einmal jetzt verfügbar, dann gab's die Waffe schon Die Waffe hab ich bis, also die gibt's, glaub ich, auch nur in den Farben, wie ich sie bisher gesehen hab Nämlich Grau, Grün und Blau Äh, schießt ziemlich schnell Riech ist, ich, die Waffe find ich richtig OP Gleich ganz kurz noch hierzu noch 50% Rabatt auf Räte, die Welt Könnt ihr euch gerne holen Wie gesagt, kostet grad nur die Hälfte, ich glaub statt 20 Euro dann nur 10 Hinlasse Spuren, die Outfits, Abstrakt und Raptor sind jetzt im Gegenstand Shop, jo Äh, Leute Äh, ich hab nen Bug oder so Ich nehm jetzt einfach mal den, wegen der Folge Ich kann den Rucksack nicht ab Ich kann den nicht wegmachen Ich kann jeden Knopf drücken Ah gut, wenn ich B drücke, geht's raus Aber ich kann ja den Rucksack nicht wegmachen Das geht nicht Ich kann zwar einen anderen ausrüsten Das ist kein Problem, aber ich kann den Rucksack nicht wegmachen Falls ihr mir da irgendwie helfen könnt Gerne in die Kommentare damit Nein Solo Zack, ich hab gestern noch, äh, wieder einen Solo-Win geholt Ja, dann würde ich sagen, Leute Bin hier auch schon ein bisschen weiter wieder Sehen wir uns gleich in der ersten Runde So, Leute Wann denkt ihr Knacken wir die 200 Abonnenten? Also zum Zeitpunkt, wo ich diese wieder aufnehme Habe ich 165 Abonnenten Äh, denkt ihr, ich schaffe die 200 Also ja, ich mach vielleicht gerade eben oben rechts ne Abstimmung Ähm Vielleicht in einem Monat? In zwei Monaten? In drei Monaten? In vier Monaten? In sechs Monaten? Ja, und wir gehen Äh, ich hab in Pleasant immer Ne, wir gehen doch nach Lazy Links Ähm Ja, wie gesagt Wann denkt ihr? Knacken wir die 200 Abonnenten? Gerne Falls ich gerade dran gedacht habe Und die Umfrage Rechts oben So ein Infoding Vorhin erschienen ist Draufklicken Und Abstimmen Äh Ja, dann Äh, dieses Wochenende ist Ist es hier Splitfest Werde ich wieder livestreamen Wie immer Und irgendwas wollte ich noch sagen Gestern hab ich ja wieder Ein Solo-Win geholt Läuft bei mir Neue, neue Maschinenpistole Übrigens Lackt bei mir Immer zum Beginn Deiner neuen Runde Lackt am Anfang immer Okay, neue Maschinenpistole Schon mal in Grau Ihr seht's Die geht ab Hallo Danke Jo Haut schon mal ganz gut rein In Grau In Grau haut sie Wie gesagt Schon mal ganz gut rein Kann sein, dass ich gerade Außer sie Gegens Mikro gekommen bin Tut mir leid Jo Jetzt hab ich halt Ein Problem, ne Jo Ich muss halt Heel finden Äh Schreibt mir in die Kommentare Wie ihr es findet Dass Double Pump Auch nicht mehr geht Ach geil Ja Hm Nicht gut gelaufen Hm Gerade hat die Waffe Naja war okay Aber wenn du damit Ähm mit der blauen Variante Headshots Also Mir ist passiert Dass ich mit einem E-Mail halt Ähm Ich saß mit einem E-Mail Ähm Äh Golfcard Wir sind gefahren Und Dann kam so ein Typ auf uns zu Hat den E-Mail innerhalb von Einer Sekunde Er hatte glaube ich 200 Leben oder so Oder 150 Er hat von einer Sekunde Zerstört Weil diese Waffe so schnell schießt Und Kannst halt auch leicht Headshots treffen Eigentlich Und Ja Hat sie einfach in einer Sekunde zernommen Und Die findet man halt auch richtig oft Also ich find Äh Zurzeit ist es eine Waffe Die man auf jeden Fall mitnehmen sollt Wenn ihr mal seht Hier wenn ich schieße Ich weiß nicht wie ich es finden soll Mit dem Cooldown Also Manche finden es gut Dass Double Pump nicht mehr geht Ich fand Double Pump eigentlich schon ganz gut Aber Ja gut Und Mittlerweile so mein Lieblings Waffen Ist dann so Ich würde sagen Einer meiner Lieblings Nahkampfwaffen Ist die epische Maschinenpistole Also epische Taktische Maschinenpistole Die nehme ich eigentlich Am liebsten mit So Das ist die würde ich sagen Mit der ich Ich am liebsten auch mag Ich bin seit Irgendwie Seit Der dritten Woche von Season 4 Nicht mehr in dem Hotel Äh in dem Hotel In dem Ding gewesen Aber ich Keine Ahnung Feier es jetzt noch nicht so übelst Also Ich fand es am Anfang Doch am Anfang war es cool Und dann Äh Blauer Pump Oh Muni Nur Muni ist halt geil Where are you Hallo Äh Ich stehe einfach nur Äh Einfach nur Gerade rum Und er macht mir trotzdem nichts Kann ich Auf jeden Fall gut unterstützen Finde ich gut Ähm Jo Ja läuft würde ich sagen Auch wenn die alle Keinen guten Loot haben Und ich keine Mads Und ich dringend Mads Brauch Weil ich mir Die Truhe holen möchte Jo ich würde sagen Ach da gab es sogar Ein Reifen habe ich nicht gesehen Naja was soll's Gehen wir uns erstmal Full Shield Oh Lol Hab ich nicht Weder gehört noch gesehen Äh Jo Jo Äh Da hinten sehe ich Leute Aber ich hole mir erstmal Mads So Ich hab jetzt kurz zu meiner Schwester Rüber geschrien Weil die natürlich Hier Ich sag ihr das Ich aufnehme Und Jo Sie kommt einfach an Und haut hier die Tür kaputt Aber man hat so eine Aufnahme nicht gehört Irgendwie Kann das sein Kann das sein Ey du Jo Das sind deine Mission Ja Als ob der es geschafft hat Mich runter zu schießen Willst du mich verarschen Ich hab schon gesehen Dass du weggelaufen bist Junge der isst keine Truhe mehr Bist du irgendwie blöd Ähm Jo Kein Metzler Natürlich geil Irgendwann muss er ja da weg Ist das Gute Wie findet ihr das neue Was kommt wenn man gewinnt Dieses neue Äh das neue Wenn man Bist du blöd Die kann ich da drin immer noch sehen Du Jo Läuft bei dir auf jeden Fall Was macht der Nope Glaub mir So einfach lass ich dich nicht entkommen Ey du Jo Hab ihn Ich sag das so einfach Lass ich dir nicht entkommen Ja was ich sagen wollte Wie findet ihr dieses neue Wenn man gewinnt Ähm Da kommt jetzt was neues Wie ihr das findet Also Also nicht mehr das alte Symbol Sondern halt ja Neues wie gesagt Ich finde es ist ganz Das neue ist ganz Ganz okay Nein ich hasse es Ich baue das immer in den Boden rein Ähm Alter der hat aber gut Oder viel Loot Ähm Ja falls wir es Jetzt nicht Sehen sollten Falls ich jetzt keine Runde gewinnen soll Tö Äh Dann würde ich sagen Zeige ich euch einfach gleich das aus An der Runde wo ich gewonnen hab Äh Wo Ich weiß nicht ob ich das mitnehmen soll Das Trummelgewehr Hm Ne ich bleib mal so Übrigens auch Also ich find das Hier ist irgendwie richtig geil Oh da hat jemand schon so ne Schöne So schöne Rampe für mich gebaut Die wollen wir doch dann auch mal nutzen Wieso kriegt man dadurch jetzt Schaden Hat man dann nicht Eigentlich keinen Schaden durchbekommen Oh Ich bin gleich da wo die neue Maschinenpistole liegt War natürlich alles geplant von mir Was denkt ihr denn So nehmen wir die neue Maschinenpistole mit 423 Schuss Nicht schlecht Und zum Glück hatte ich ein Lagerfeuer Weil sonst Jo Wäre ich jetzt da Äh Ne nicht wäre ich down Hätte ich Hallo Äh hätte ich weniger Leben So 423 Schuss Ja die neue Waffe braucht Äh Minischuss Und Ich find sie ist Wie gesagt Relativ stark Also Mein erster Eindruck ist zumindest Dass sie relativ stark ist Oder Wie gesagt ich hab ja gestern schon Ein bisschen mit der gespielt Deshalb Weiß ich dass sie Weiß ich dass sie Eigentlich Hallo Weiß ich dass sie relativ stark ist Hä Ich drück nicht Ich drück nicht Hä Kann es sein was wenn man die Wie passiert sowas Wie passiert sowas Ich weiß es nicht Hier Ich hab den Das ist genauso wie wenn man Wenn man gut Wenn man Doppelklick macht Dann rennt man automatisch Das wurde mir jetzt gesagt Dass das kein Fehler war Sondern Dass es ein Feature ist Aber Wie wollt ihr mir denn das erklären Dass die Waffe Von selber los Schießt Weil ich meine Das kann ja schlecht ein Feature sein Nö 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 das ist ein Oh Hey du Jo Na Man sollte sich Nicht mit mir anlegen Und kein guter Loot Oh Von wo denn jetzt schon wieder Wo Hä wo ist der denn Oh Ihr seht die neue Waffe in Action Ich kann nicht aimen Jo Aber sie hat eigentlich Ganz gut Schaden gedrückt Oh Er hätte sie in blau Geil Und auch ordentlich Schuss dabei Not bad Ich würde sagen Jo So Ich weiß nicht ob ich jetzt Die Shotgun behalten soll Oder ob ich Granatenwerfer nehmen soll Hm Äh Ah Ah ne ich weiß was ich mach So So ich hoffe jetzt werde ich Vorerst Hab hier erstmal ganz kurz ruhen Wer jetzt nicht gleich wieder attackiert Aber ja Ihr seht's Ich muss sagen Das ist Ja Dass die Waffe eigentlich ganz geil ist Wie gesagt ihr habt's gesehen 40er Headshot Haut ordentlich rein Gut obwohl es jetzt gerade eben Jetzt Ja Besser mit der Shotgun lief Also ich hab mit der Shotgun macht man halt mehr Schaden Pro Hit Aber Gut natürlich kann mit der Shotgun auch Mal richtig verhauen Wenn man gar nicht trifft So Mal gucken wo Gegner sind Wenn hier oben einer ist Hab ich Hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf Wow 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 Nein 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 Danke Kein Fallschaden Man Es hören mich halt so viele Leute Wenn ich hier lang fahr Ist mir jetzt eigentlich relativ egal Oh Hey Was ist deine Mission Junge Kannst du mich mal bitte in Ruhe lassen Also Hätte Ne der hatte die schallgedämpfte Version Also ihr seht's Wupsala Die ist ganz oft zu finden eigentlich Die Äh Ja Die neue Waffe Und zur Zeit hab ich auch Ziemlich viel Action Und Und ehrlich gesagt Keine Ahnung wo der Typ jetzt grad ist Äh Zack Hallo Danke Wie zum Teufel hab ich's jetzt geschafft Da reinzufallen Und glaub ich hab verkackt Jo Ich hab Ah Na Wieso baut er sich auch direkt neben mir in nem Bunker Leute I don't get it Also Jo Der hat halt jetzt Okay ich würd sagen Ihr seht die neue Waffe in Action Sie haut ordentlich rein Aber ist auch instant wieder leer Und Junge du gehst mir so auf die Nerven Vor allem weil ich nicht mehr genau weiß wo du bist Scheint Ist es derselbe Spieler Ich glaub nicht Ich weiß es aber auch nicht Ne ich glaub nicht Jo ich kann mich Ja Darauf hab ich jetzt echt Bock gehabt Wieso gehst du Junge was ist denn dein Problem Alter Geh doch Auf den Typen Der direkt neben dir ist Ja Hinter mir auch noch Bin auf jeden Fall gut im Kreuzfeuer Junge was hast du genommen Lass mich doch mal bitte in Ruhe Ja Nein du sollst da rein snipen Nicht auf mich Ich hab keinen Bock So wenn jemand rein Kommt Bemerke ich's Na ich treff natürlich keinen Schuss Wo ist der jetzt schon wieder hin? Da hinten sind auch noch rüber Leute Hm Ich hab halt keine Raketen oder so Und fast kein Materials Ja Verarschen kann ich mich auch selber Wirklich So Oh Hätte nicht gedacht Dass ich den jetzt damit hole So Ska Ich würd sagen Das mach ich auch noch Alter wie ich einfach Voll Muni hab Okay Leute Raus Und einbauen Noch zwei Gegner Also ist dann die einzige Runde In diesem Part Vielleicht gewinnen wir sie sogar Dumm Oh Hab einen Noch ein Gegner Jetzt wüsste ich ehrlich gesagt Schauen gern wo der ist Und ich hab ziemliches Zonenlack Jo Wenn er da oben drin ist Hat er ein Problem Äh Wo ist der denn? Ja unter mir kann er ja nicht sein Oder? Sonst wäre ich schon Ziemlich Ziemlich komischer Spieler Also ist das Oder so Weil er sich komplett Vercampt Aber Hm Neun Kills Oh Gott Oh Gott Das ist Das ist der lächerlichste Also sorry Ich bin nicht so weit nach hinten Geschwungen Das war wie das für ein Kackspieler Ach Mann Ich stehe aber immer so dumm Wirklich Das wäre der easy win Der Typ war so scheiße Fuck it 1333 Das wäre mein Sechster oder siebter Solo win Naja schade Hm Schade 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 Aber ihr habt die neue Waffe Ein bisschen gesehen Ärgerlich Ja Ziemlich ärgerlich Was soll's Äh Ich würde sagen Ich zeige euch aber trotzdem Noch ganz kurz Wie das aussieht Wenn man gewinnt Album Äh Hier glaube ich Ja oder Da habe ich auch Sehr komisch gespielt Sieht man da Wie man gewinnt Nein sieht man nicht Jo Hier also Erstens Erstens sieht's so aus Zweitens Warte Ich kann ganz kurz gucken Vielleicht sieht man da Diese Diese Animation Die neue Ja Hm Erstmal schön daneben geaimt Ihr seht's OP Loot am Start Doch Und so Das ist die neue Animation Ah gut okay Ich hätte es ausblenden können Aber das ist die neue Animation Auf jeden Fall Da hatte ich 8 Kills In der Runde Äh Wie gesagt Das war Das war ein Solo win Das war ein Solo win Äh Das war ein Solo win Ähm Das war ein win Das hier Nein das war ein Ding win Auf jeden Fall hatte ich ein paar Solo wins Und Ärgerlich auf jeden Fall Dass Das gerade eben Hm Was war das Achso ich glaube Ja ja Mit Labnis Ne Äh Neue Waffe Wie gesagt Ich finde die neue Waffe Ziemlich geil Was haltet ihr von der neuen Waffe Von der normalen Maschinenpistole Also Maschinenpistole Das gab ja schon Schallgedämpfte Und die taktische Und jetzt kommt noch Die Maschinenpistole Vielleicht kommt sie um 16 Uhr Ja Ich muss mich halt ziemlich beeilen Ihr seht's Ja Okay Dann habt einen schönen Tag Macht's gut Bis zur nächsten Folge Und ciao Bis zum nächsten Mal